Wie kann man eigentlich seine Wertpapiere von einem Depot in ein anderes Depot übertragen? All das erfährst du im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute gibt es mal ein Tutorial-Video dazu, wie man die Wertpapiere von einem Depot in ein anderes übertragen kann. Gründe dafür mag es natürlich ganz vielschichtige geben. Vielleicht möchtest du einfach zu einem Broker wechseln, wo du günstigere Konditionen bekommen hast oder du hast in irgendeiner Art und Weise einen anderen Grund, warum du einen Übertrag durchführen müsstest. Ich gehe jetzt einfach mit dir Schritt für Schritt mal diese ganzen Schritte durch. Es ist natürlich von Broker zu Broker unterschiedlich. Bei manchen geht es auch viel leichter als bei anderen, aber das Prinzip ist dabei immer so ziemlich dasselbe. Der wichtigste erste Schritt ist immer, dass du den Broker, wo du deine Wertpapiere hin übertragen möchtest, darüber informierst, dass du diesen Depotübertrag machen möchtest. Du findest dazu meistens in dem jeweiligen Broker, wo du eingeloggt bist, ein Formularcenter. Hier zum Beispiel bei Flatex de Giro gibt es hier unten so alle möglichen Formulare, auch für eure Freistellungsaufträge und so weiter. Und da gibt es auch Depotübertragsformulare. Ich werde ja meine Wertpapiere zu CapTrader hin übertragen bzw. Interactive Brokers und habe das Ganze jetzt auch schon in die Wege geleitet. Das funktioniert hier bei dem Account so, dass man hier oben auf Transfer und Zahlen klickt und dann hier Positionen übertragen. Dann kommt man jetzt hier zu einem neuen Fenster und hier sieht man schon gleich, okay, eingehend Transfer Assets into your Account oder out of your Account. Ich muss also niemals alle meine Wertpapiere übertragen. Ich kann auch einzelne Positionen übertragen und ich muss noch nicht mal die kompletten Positionen übertragen. Also ich kann auch, wenn ich will, nur zwei Aktien von einem ganzen Depot übertragen. Ist natürlich die Frage, warum man das machen sollte, aber man ist jetzt hier nicht irgendwie gebunden, und dass man sagt, man muss immer das komplette Depot übertragen. Ich würde jetzt in diesem Fall also hier eingehend wählen, zack, und dann wähle ich jetzt also aus, okay, von woher möchte ich eigentlich die Wertpapiere übertragen. In diesem Fall All Other Regions. Ich möchte ja nicht aus Kanada oder aus den USA oder so meine Wertpapiere übertragen. Ich würde jetzt hier All Other Regions anklicken und jetzt habe ich hier diesen Free of Payment Transfer of Global Securities angegeben. Hier steht drin, okay, Interactive Brokers, also charged hier keine Fee. Es kostet also hier seitens dieses Brokers nichts, Wertpapiere zu übertragen. Wohlbemerkt, ich habe jetzt bisher bei dem Depot, wo jetzt die Aktien noch liegen, noch gar nichts unternommen. Das kommt erst dann später im zweiten Schritt. So, jetzt gehe ich hier einfach auf Select und schaut mal hier. Hier kann ich jetzt die ganzen Informationen eingeben von dem Broker, wo jetzt noch meine Wertpapiere liegen. Okay, ich würde jetzt also hier in diesem Fall, genauso wie ich es in den letzten Tagen gemacht habe, bei mir in diesem Fall DeGiro eingeben, weil von diesem Konto will ich ja die ganzen Wertpapiere übertragen. Und dann muss ich halt eben einige Daten eingeben, zum Beispiel Account Number at Broker, das gibt es bei DeGiro zum Beispiel gar nicht. Da trägt man dann beispielsweise den DeGiro Nutzernamen ein, was das für ein Kontotyp ist und so weiter. Und all die ganzen Informationen, Adressdaten, das muss man natürlich einzeln dann einfach raussuchen. Das brauche ich jetzt hier für euch nicht irgendwie komplett durchzuexerzieren. Und dann gehen wir aber hier schon unten zu den eigentlichen Wertpapieren. Hier gebe ich dann einfach an Add Asset, wähle aus, okay, was möchte ich übertragen. Ich kann natürlich auch andere Wertpapiere übertragen. Ich möchte natürlich hier gute alte Aktien übertragen. Und kann jetzt hier einfach, okay, überlegen, okay, Suchtyp, Suche nach Isen. Gebe dann hier die Isen ein. Machen wir das Ganze mal einfach anhand eines Beispiels kurz durch. Ich habe jetzt hier schon das Formular von DeGiro ausgewählt, aber ich kann jetzt leider hier nichts gerade kopieren. Nehmen wir einfach mal diese Apple, falls das funktioniert. Genau, das ist jetzt in diesem Fall die Apple-Aktie. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätte ich die in dem Depot gehabt. Und jetzt wähle ich noch den Börsenhandelsplatz aus. Hier kann man so ein bisschen sich verwirren lassen, weil jeder Broker für verschiedene Börsen beispielsweise auch unterschiedliche Kürzel hat. Beispielsweise für die Xetra-Börse ist das Kürzel bei DeGiro XET bei IB, beziehungsweise CapTrader ist es aber IBIS. Und das kann man eben auch hier, wenn man sich zum Beispiel auch anguckt, okay, welche Börsen gibt es hier überall zur Verfügung? Dann sieht man halt immer, okay, unter welchen Kürzeln haben die jeweils die jeweiligen Aktien oder Börsen gelistet, meine ich. Aber was ich auch mir habe sagen lassen, viel wichtiger ist als der Börsenhandelsplatz, ist die Währung, dass eben die Währung hier richtig korrekt übereinstimmt. Ich würde jetzt hier also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Apple damals an der Xetra gekauft. Dann gebe ich jetzt hier IBIS beispielsweise ein, weil das ist eben das Kürzel für die Xetra-Börse. und jetzt steht hier, okay, Apple, Long, IBIS ist die Börse, alles so weiter. Und jetzt gebe ich hier an, okay, wie viele Aktien möchte ich übertragen? Beispielsweise 20 oder 15 oder je nachdem, wie viel du hier übertragen willst. Dann kannst du jetzt hier Save & More machen. Dann kommt dann sofort hier das nächste Wertpapier, falls du noch mehr übertragen möchtest. Und unten wird schon das hier bei Apple gespeichert, wie ihr seht. Ich habe ja jetzt schon meinen Depotübertrag und so weiter angewiesen. Deswegen muss ich jetzt hier keine weiteren machen. Im anderen letzten Schritt würde man dann hier unten einfach auf Weiter klicken, wenn man fertig ist und alle Daten sozusagen eingegeben hat. Das ist einfach halt die lange Liste an Aktien, die man halt je nachdem, wie viele man übertragen will, hier einstellen muss. Und dann, wenn man hier unten auf Weiter klickt, bekommt man ein Formular von dem Broker. Das ist jetzt hier, sieht es in diesem Fall so aus. Da steht halt alles genau drin, okay. Okay, I custody account hereby request delivery of the following account positions to interactive brokers auf meine Depotnummer, bla, 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 bla. Und dann stehen die einzelnen Aktien genau drin, die ich halt übertragen möchte. Muss das Ganze unterschreiben. So, und dieses Formular, das brauche ich. Deswegen gehst du auch erst zu dem Account, wo du eben deine Wertpapiere hin übertragen möchtest. Und das wiederum sendest du dann an deinen normalen Broker, wo die Aktien sind. Und bei dem musst du meistens, so wie jetzt im Fall von DeGiro, auch noch ein Formular halt eben ausfüllen. In diesem Fall ist das halt eben eins, welches du zum Beispiel hier über so eine Website, einfach über die Google-Suche ganz normal findest. Und dort gibst du dann einfach Stück für Stück genau nochmal die Wertpapiere in ihrer Kandidat, also in ihrer sozusagen Anzahl und in dem Markt und so weiter hier mit ein. Wohlbemerkt, hier wählst du dann natürlich das aus, was bei dem Broker an Kürzel hier für die Börse eine Rolle spielt. Und musst halt natürlich nochmal alles durchlesen. In diesem Fall war es zum Beispiel so, dass DeGiro auch nochmal eine Unterschrift von CapTrader haben wollte auf einen Depotauszug von DeGiro. Das habe ich dann auch noch erstmal bei CapTrader, wie gesagt, ja eingeholt, diese Information. Und dann wird alles hier unten einfach unterschrieben, ja, die ganzen Daten und so weiter. Und dann steht es ja hier einfach an transferencias.degiro.es wird das Ganze gesendet. Zusammen mit den beiden anderen Dokumenten, also einmal mit dem unterschriebenen Dokument von CapTrader und dann eben noch diesen Dokument. Ja, und dann bei DeGiro hat es jetzt insgesamt so 5, 6 Tage gedauert. Dann haben die per E-Mail geantwortet und haben gesagt, okay, sie werden jetzt die Wertpapiere anfangen überzuleiten und sollten sie noch irgendwie Fragen haben, melden sie sich bei mir. Da wird dann eben auch immer gleich noch die E-Mail-Adresse von dem neuen Broker so angegeben, dass im besten Fall halt diese Broker untereinander kommunizieren können, weil man selber, was soll man da großartig noch machen? Das ist ja jetzt die Aufgabe von denen. Also wann tatsächlich die Wertpapiere übertragen werden, liegt dann am sendenden Institut. Dazu habe ich ja auch im letzten Video zu diesem Thema schon gesagt, okay, da gibt es anscheinend irgendwie gerade eine Warteliste bei dem Broker. Sollte das jetzt wieder erwarten, viel, viel, viel länger dauern als geplant. Gibt es da auch noch so ein paar andere Tricks, die man anwenden kann, um das Ganze vielleicht zu beschleunigen. Ja, aber wir hoffen natürlich, dass es gar nicht so weit erst kommt und dass das Ganze jetzt in den nächsten Wochen über die Bühne geht hoffentlich. Ja, einige andere, und das war es dann im Endeffekt auch. Ja, wie gesagt, je nach Broker kann das eben unterschiedlich komplex oder kompliziert sein. Was die Kosten betrifft, ist es so, normalerweise fällt hier gar keine Gebühr an, aber man muss das Ganze natürlich im Leistungsverzeichnis auch jeweils durchlesen, dass zum Beispiel hier eben auch externe Gebühren anfallen können, wenn die Broker sagen, bei uns fällt keine Gebühr an, aber externe Gebühren können eben auch anfallen. Und deswegen muss man natürlich hier auch dafür sorgen, dass noch entsprechend viel Geld auf dem Konto zur Verfügung steht. Es ist natürlich auch immer so, hast du dich gut vorbereitet und hast du alle nötigen Sachen dann immer gleich von Anfang an direkt mitgesendet, dann kannst du dir immer diesen ganzen E-Mail-Verkehr hin und her sparen, wo dann erstmal wieder noch das Dokument angefordert werden muss oder das unklar ist. Und das geht einem sowieso meistens immer auf den Senkel, weil es nie beim ersten Mal alles korrekt funktioniert. Und von daher, umso besser, wenn ihr dann so einen Broker wie CapTrader habt, also muss ich ganz ehrlich sagen, hier dicker Daumen hoch dafür, das ist der Daumen, dass die das halt wirklich sehr schnell immer antworten und einem echt gut helfen dabei. Da habe ich auch schon ganz andere Sachen in meiner Karriere erlebt. So, jetzt einige wichtige Sachen noch zum Schluss. Es gibt auch die Möglichkeit, Ich meine, im Endeffekt, der Markt ist ja gerade wie wild am Taumeln. Ja, meine Wertpapiere auch, die fallen die ganze Zeit im Wert. Und jetzt habe ich jetzt irgendwie potenziell die nächsten drei, vier Wochen oder sogar zwei Monate keine Chance, meine Wertpapiere eigentlich zu handeln, weil es kann ja sein, dass ich jetzt zum Beispiel mich entschließe, hier, Biontech total gefallen, ich will die nicht mehr im Depot haben und ich möchte die verkaufen. Aber jetzt habe ich ja so einen Übertrag gemacht und das geht ja jetzt nicht mehr, oder? Doch, es geht tatsächlich. Also man kann auch Wertpapiere, die zu einem Übertrag ausgewiesen werden sollen, trotzdem noch selber handeln. Man muss dafür aber dann wiederum bei dem neuen Broker das in dem Formularbereich eben wiederum anpassen, was den Bestand angeht. Und man muss natürlich beachten, also ich glaube bis zu drei Werktage vor dem eigentlichen Durchführungsdatum kann man die Wertpapiere noch handeln. Da man aber natürlich nicht genau weiß, wann das passiert, würde ich halt immer sagen, bevor ich den Depotübertrag gemacht habe, erst mal alle Schäfchen ins Trocken bringen oder alles halt so gestalten, wie man es erst mal so haben möchte und dann das Ganze übertragen. Sonst macht man sich da im Endeffekt auch irgendwann komplett verrückt, denke ich mal. Natürlich kann es auch passieren, dass ein Crash kommt und so weiter, aber wir verkaufen ja sowieso im Crash keine Aktien, weil es einfach keinen Sinn macht und deswegen bin ich jetzt da eigentlich ziemlich entspannt. Also eigentlich Wertpapiere kaufen, wo man, so wie Warren Buffett gesagt hat, auch zehn Jahre einfach mal nicht raufgucken muss und dann macht man sich auch nicht so viel Stress. Ein anderer Punkt, der aber auch noch sehr wichtig ist und der möglichst wenig Stress eben für euch verursachen soll und zwar schaut mal hier, irgendwo hatte ich es auch in dem DeGiro-Formular gesehen, ja, hier, no es posible traspasar precios originales de compra y efectivo. Das bedeutet, ja, also einerseits der Cashbestand, den kann man nicht übertragen hier in diesem Fall, deswegen den kann man natürlich aber einfach auf sein normales Konto dann runter überweisen, das, was übrig ist, aber die Einstiegspreise, ja, die ihr ursprünglich von euren Aktienwerten habt, diese ganzen Informationen werden nicht bei zumindest internationalen Transfers, also auch zum Beispiel von einem Land in ein anderes Land oder so, mit übertragen. Ganz wichtiger Aspekt, ja. Und deswegen, es gibt dann auch, das ist meine Information, nochmal so ein Tutorial, wie man diese Einstiegskurse nachträglich dann einträgt. Ich muss das dann ja auch machen, wenn meine Wehrpapiere dann final da sind. Dazu mache ich dann nochmal ein Extra-Video. Aber dazu habe ich mir gesagt, okay, wenn diese Einstandskurse tatsächlich auch nicht übertragen werden, dann mache ich jetzt eben schon auch meine Hausaufgabe und habe hier wirklich von Anfang Einrichtung des Depots, also ursprünglich führe ich ja das Firmendepot schon seit 2015, da hatte ich aber noch einen ganz anderen Broker auch dafür benutzt, ja, diesen BNP-Broker. Und ich habe jetzt hier einfach mal von Anbeginn aller Zeit, hier wirklich so der erste, wann war der erste Wertpapierkauf? Schaut mal hier, Aurelius Equity Opportunities war tatsächlich der erste Wertpapierkauf hier bei DeGiro 2017. Dann habe ich noch Take-Two gekauft, Berger Hathaway, Netflix, ja, schöne, super Aktien, auch Starbucks und so. Und all diese ganzen Preise, ja, mit den jeweiligen Werten und Informationen habe ich mir jetzt hier schon mal runtergeladen, damit ich dann, wenn ich im Endeffekt diese auch eintragen muss, schon die Daten habe, ja, keine Ahnung. Vielleicht komme ich dann ins DeGiro-Konto gar nicht mehr rein oder es wird direkt gekündigt und keine Ahnung, ob sie mir dann nochmal so ein Statement geben. Deswegen lieber vorher die ganzen Einstiegspreise schon mal sichern. Ich habe sie auch bei Portfolio Performance sowieso drin und das war es dann, ja. Das ist also mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber so ist das Ganze eben. Jetzt wüsst ihr zumindest schon mal so vom Prinzip her, wie das Ganze funktioniert und könnt selber, falls ihr es mal irgendwie braucht, Wertpapiere von einem Broker zu einem anderen Broker übertragen. Ja, vielleicht geht das in Zukunft im Metaverse oder mit der Blockchain nochmal ganz anders, keine Ahnung, aber jetzt aktuell ist es eben noch so ein bisschen Papierkrieg, wenn auch Online-Papierkrieg. Okay, das war es für dieses Video. Hat mich auf jeden Fall gefreut, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Ich meine, es ist ein wichtiges Thema, aber immer natürlich auch so ein bisschen langweilig, ja. Aber so ist halt eben das Leben. Es kann ja nicht eben jeden Tag immer von morgens bis abends Party sein, ja. Außer auf Ibiza, da müsst ihr eine Insel weiter. Okay, bis dann. Macht's gut. Ciao.